Nun, Jack Dempsey ist eine absolute Legende. Seine Dempsey-Roll habe ich jahrelang gerne gemacht und sein Buch Championship Boxing ist einfach absolut Spitzenklasse. Schon am Anfang der Vergleich mit dem Baby das fällt und seine Powerline ist einfach mega cool. Also ich möchte überhaupt nicht schlecht reden von ihm, sondern nur wie ich es bevorzuge. Ich habe früher auch Wing Chun Kung Fu gemacht. Ich mag Vertical Punching sehr gerne, auch mache das heute noch gerne. Vor allem wenn jemand sehr eng ist, dann BOOM! Da so ein bisschen rein und vor allem sehr Uppercut mäßig zwischen der Deckung durch ist einfach mega cool. Ich schlage mit dem Mittel anstatt mit dem Ringfinger aus Verlässigungsrisikogründen. Der Ringfinger ist einfach arg nahe am Kleinfinger und der kleine Finger bricht besonders schnell. Insbesondere ohne Handschuhe. Der Mittelfinger ist einfach am stabilsten und es hat das Größte, wie sagt man, es erträgt am meisten Fehler, bevor etwas kaputt geht. Weil ja meistens die Leute wollen den Druck verteilen und weiß ich was, aber meistens schlage ich ja nicht auf etwas mega hartes, sondern etwas, das doch ein bisschen nachgibt. Also ist nicht eine Wand. Und selbst dann, es kann ja ein bisschen eindrücken und es erträgt die größte Winkelveränderung, bevor ich irgendwo eine ernsthafte Verletzung meiner Faust verursache. Deshalb ziele ich ganz gerade mit Mittelfinger. Egal bei welchem Schlag, Mittelfinger will einfach aufs Ziel, so treffe ich am besten und so verletze ich mich am wenigsten. Ich habe mir noch nie die Hände richtig verletzt beim Kämpfen. Und das liegt zum einen an Technik und zum anderen an Konditionierung und Krafttraining und so weiter. Und es hat sicher etwas damit zu tun, mit der Strategie mit dem Mittelfinger zu treffen, anstatt mit irgendetwas anderem. Vielen Dank.